also das sind vier amseln ich hatte fünf aber die kleinste ist gestorben die waren so unterkühlt das ist eine meise und das bin ich mir nicht sicher bei den dreien ob es jetzt buchfenken sind oder steglitz das stellt sich dann noch raus mit den schädern könnte beides sein sie kriegen jetzt erstmal vegetarisch mit ein bisschen heimchen wenn ich merke was buchfink ist dann wird es wieder umgestellt auf mehr heimchen weil steglitz ist vegetarier aber ein paar heimchen am tag gehen auch wahnsinns wochenende